Hey, es ist wieder Montag und damit herzlich willkommen zurück bei Campus TV Clips. Das Geheimnis der Plakate ist gelüftet. Es gibt ein sogenanntes Ubi-Ubi, das heißt ein Jubiläumsfest. Zwei Events anlässlich des 50-jährigen Jubiläums unserer Universität im Lokschuppen im Oktober für euch. Der Vorverkauf ist bereits letzte Woche gestartet. Wenn ihr den ersten Rutsch nicht mitbekommen habt, müsst ihr nicht traurig sein, denn es gibt noch einen zweiten Durchlauf an Vorverkaufstickets. Und zwar morgen und übermorgen, also der 9. und 10. Wenn ihr da auch nicht könnt, müsst ihr auch nicht traurig sein, denn wir haben netterweise insgesamt 8 Tickets zur Verfügung bekommen. Also zweimal zwei Tickets pro Tag. Alles, was ihr dafür tun müsst, wenn ihr unsere Clips länger verfolgt, wisst ihr ja schon. Einfach einen Kommentar da lassen, mit wem ihr gerne hingehen wollen würdet. Die Verlosung geht bis Mittwoch 12 Uhr. Die Kommentare zählen bei Facebook und Instagram. Wir von Campus TV Clips wünschen euch ganz, ganz viel Erfolg und hoffen, dass ihr einen von diesen 8 Tickets gewinnen könnt. Vielen Dank. Vielen Dank.